Hallo und herzlich Willkommen zu Huaqiao Zhisheng. Du kannst dir hauptsächlich modernes Deutsch lernen, damit du besser im Alltag mit den anderen Menschen auf Deutsch sprechen kannst. Das Thema des letzten Videos ging um die Begrüßung. Dementsprechend geht es heute um die Verabschiedung. Und genau wie beim letzten Video die Ratschläge. Und zwar höre dir das Video nicht nur einmal, sondern mehrmals an. Spule zurück, höre es dir wiederholt an und was noch wichtiger ist, ist vor allem spreche mir nach. Stoppe das Video und spreche das nach, was ich dir vorgesprochen habe. Dein Ziel ist es ja schließlich, dass du Deutsch gut sprechen willst, nicht wahr? Und um gut Deutsch zu sprechen, ist es am wichtigsten, richtig, das Sprechen wiederholt zu üben. Die Untertitel für dieses Video kannst du hier unten an- oder ausschalten, wie es du am liebsten haben möchtest. Okay, genug gesprochen, fangen wir an! Beginnen wir mit den Standardbegrüßungen, die du sicherlich auch in der Sprachschule gelernt hast. Auf Wiedersehen drückt Höflichkeit aus einerseits, aber andererseits auch Distanziertheit. Das heißt also, wenn du mit dem Gegenüber noch nicht sehr vertraut bist, wenn ihr euch noch etwas fremd seid oder wenn du mit Respektpersonen sprichst oder mit älteren Menschen, dann wendest du am besten auf Wiedersehen an. Mit Freunden, unter Freundinnen im Gespräch, sagst du stattdessen lieber einfach ein Tschüss. Tschüss. Oder genauso gut könntest du auch sagen Mach's gut. Mach's gut. Du kannst auch sagen Schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Oder etwas ausführlicher. Ich wünsche dir bzw. ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dasselbe gilt auch für Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und die Kurzversion? Schönes Wochenende. Und bei Abend geht es auch. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Oder die Kurzversion? Schönen Abend. Beziehungsweise, schönen Abend noch. Kommen wir zu den Bis-Verabschiedungen. Das heißt zum Beispiel Bis gleich. Bis später. Bis später. Bis nachher. Diese drei Verabschiedungen verwendest du, wenn du dich mit der Person noch am selben Tag treffen willst. Oder zum Beispiel, wenn ihr euch am Mittag spricht und abends wollt ihr euch treffen. Oder ein paar Stunden später wollt ihr euch treffen. Dann kannst du diese drei Verabschiedungen verwenden. Dann gibt es noch weitere Verabschiedungen, wie zum Beispiel Bis dann. Bis dann. Etwas lockerer dabei noch. Bis denne. Bis denne. Oder auch Bis die Tage. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Diese vier Verabschiedungen verwendest du, wenn ihr euch irgendwann wieder trifft. Aber wann genau, das wisst ihr nicht. Das kann noch ein paar Tage später sein. Oder ein paar Wochen später sein. Oder auch ein paar Monate später sein. Also das wisst ihr noch nicht. Das ist noch offen. Und da kannst du genau diese vier Verabschiedungen verwenden. Dann gibt es noch eine weitere Verabschiedung. Und zwar die nennt sich Bis bald. Bis bald. Bis bald ist auch eine offene Verabschiedung. Bis bald. 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 Aber beide können das natürlich verwenden. Ciao, ey! Genauso gut kann man als Verabschiedung auch sagen, Hau rein! Hau rein! Oder auch ähnlich dazu, Haust rein! Haust rein! Man benutzt dabei das Verb hauen, hauen und rein. Und haust rein heißt eigentlich haust du rein. Das ist allerdings zu lang. Und die Deutschen mögen es auch, wenn man die Wörter etwas komprimiert, kürzer gestaltet. Aus dem du wird also ein de und aus dem haust wird ein haust. Und das t und das d wird zusammengefasst und letztendlich ergibt es Haust rein! Das ist schon sehr, sehr modern, sehr chillig und wird vorwiegend, na überwiegend, fast ausschließlich von den Jungs verwendet. Dann gibt's noch zum Beispiel die Verabschiedung Wir sehen uns. Sehen, gucken, sehen. Also, wir sehen uns. Wir sehen uns. Oder man sieht sich. Man sieht sich. Ebenso gut ist eine sehr schöne Verabschiedung. Pass gut auf dich auf! Pass gut auf dich auf! Also, man wünscht dem anderen alles Gute. Pass gut auf dich auf! Pass gut auf dich auf! So, das war die heutige Lektion von Verabschiedungen. Ich hoffe, du hast dabei wieder etwas Neues gelernt, was du im Alltag im Gespräch mit anderen Mitmenschen weiterverwenden kannst. Und ich hoffe vor allem für dich, dass du das Video mehrmals angeschaut hast, an den entsprechenden Stellen angehalten hast und wiederholt hast, was ich dir vorgesprochen habe. Du weißt ja, Übung macht den Meister! Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn du Anregungen oder Vorschläge hast, kannst du mir gerne jederzeit eine Mail schreiben oder bei YouTube eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich darauf. Und bis dahin, mach's gut, wir sehen uns und vor allem, pass gut auf dich auf! Ciao!